Flashdancer. Ein besonderes Schmuckstück aus den Tiroler Bergen schickt uns Hannes Pfister in die Auktion. Flashdancer, ein hocheleganter Hengstanwärter vom April, abstammend von Feliziano, dem Grand Prix-Special-siegreichen Feedback und dem Grand Prix-erfolgreichen Daros. Vater Gut-Wettelkamps Feliziano DSP hat sich nicht nur mit Prämien und Elite-Fohlen einen Namen gemacht, sondern übertrifft sich auch sportlich unter dem Sattel von Walter Wadenspanner bei jedem Auftritt aufs Neue. Erst im Juni ging er erneut als Sieger der Dressurpferdeprüfung der Klasse L vom Platz, honoriert mit Noten bis 9,3. Prominent ist aber nicht nur der Vater des Fohlens, sondern auch die weitere nahe Verwandtschaft. Die Mutter Kelly PS, selbst Siegerin ihrer Leistungsprüfung mit Noten nahem Optimum, brachte die amtierende AWÖ-Reitpferde-Championess King's Lady, welche unter dem Sattel von Stephanie Deering, dekoriert mit Höchstnoten für Richtigkeit und Bewegung, zum Titel avancierte. Ein weiterer Nachkomme der Kelly PS ging siegreich bei der Nachzuchtschau am Zuchthof Wadenspanner vom Platz und wechselte sogleich zum Spitzenpreis in Dressurreiterhand. Flashdancer, ein Ausnahmefohlen dieser rechte Bruder der amtierenden Bundeschampioness. Flashdancer, ein Ausnahmefohlen dieser rechte Bruder der Klasse L vom Platz